jo leute was geht willkommen zu dragonball the breakers neues game rausgekommen ich habe es schon einen tag vor release bekommen war dann leider drei vier tage nicht da und wir schauen jetzt mal ein bisschen ins game rein was da so für neue sachen gibt vielleicht irgendwelche meters und so ich wünsche euch ganz viel spaß mit den highlights auf youtube mal gucken was war hier so gerissen bekommen vielleicht spiele ich gleich auch mal den radar und wenn ihr da nichts verpassen wollt gerne kanal abonnieren like ein video lassen und jetzt wie gesagt viel spaß mit den highlights einer ist direkt tot wir haben eben noch darüber gesprochen wir haben eben noch darüber gesprochen das muss mir dann sagen wenn wir das sehen wenn ich weiter bin muss das direkt sagen wie viele barriere scheiße soll ich da noch nehmen wachen wir doch nein Hier ist es doch bestimmt. Ach kein Schlüssel, Mann. Wo ist der scheiß Schlüssel? Abkling, Trank, nö. Na toll, da wird schon was kaputt gemacht. Da unten vielleicht? In dem Fall gibt es hier einen Dragon Ball. Mann! Das gibt es doch nicht. Hier muss doch irgendwo der scheiß E? Bin ich in E? Ne, ich bin in C. Der muss doch hier irgendwo sein. Da vielleicht? Bin ich jetzt noch ganz knapp in C. Hier ist er drin. Wetten? Immer noch nicht. Hä? Wo ist der? Hier? Ey, wo ist dieser scheiß Schlüssel? Ich kotze. Was? Ich muss das gleich alles lesen. Sensobohne ist gut. Was ist das hier nochmal? Abkling, Trank, ne? Sensobohne ist eigentlich gut. Ist auch gerade jemand am Boden? Da hinten? Da hinten könnte ich hin. Ey, wir haben noch... Einen einzigen Schlüssel habe ich jetzt platziert. Was ist das denn? Was habe ich hier schon wieder für Kollegen? Unglaublich. Ja, wo gehe ich jetzt am besten hin? B, A, ist alles scheiße. In Area C ist unter Wasser eine Menge am Start. Ja, wie soll ich das hier alleine noch schaffen? Guck mal, meine Kollegen machen ja gar nichts. Ey, diese scheiß Barriere, ne? Kraft ist sicher da, immerhin. Was da? Die Fluchtzeitmaschine? Soll ich da hin? Die Fluchtzeitmaschine? Soll ich da hin? Gott, da ist Boo. Meint der, siehst mich? Ich bin ja nicht. Ich bin da hin. Meinst du, der sieht mich? Der sieht mich einfach nicht. Ist dumm. Das ist natürlich geil. Ich mache einen Abflug. So ein Ding. Ich mache einen Abflug. Schell's auf die. Gewinne ich halt alleine. Ich haue ab. Flucht. Flucht, 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 Flucht. Easy. An ihm vorbei ist der blind. Geil. Wie zurückziehen? Ich habe gewonnen. Muss ich jetzt warten oder kann ich zurückziehen? Kann ich wieder rückdrehen? Ich habe gewonnen. Ich kann zurückziehen. Kann es raus. Ich kann es raus. Vielen Dank. Boah ey, das ist krass. Ich habe das Gefühl, ich müsste mal ein bisschen mehr kämpfen. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen besser sein, wenn ich ein bisschen besser kämpfen würde als Survivor. Hey, was ist los? Wie ist der denn hier angeflogen gekommen? Wie ist das? Okay, ich verstehe. Ja, krass. Haha, ich habe es genommen. Dragon Ball. Schmeckt ihr, die schmeckt. Noch ein Dragon Ball. Geilo. Hier wäre der Schlüssel. Wieso habt ihr den Schlüssel noch nicht gefunden? Boah, da wird zwei. Kann man jemand den Schlüssel von hier holen, bitte? Boah, ich bin gleich Level 3. Ist das krass. Ist das krass? Willst du den Schlüssel finden, bitte? Willst du den Schlüssel finden, bitte? Hast du den Schlüssel? Hallo. Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. holt mal jemand den Schlüssel. Hol mal jemand den Schlüssel. Wir killen den Schlüssel. Wir killen ihn, glaube ich einfach. Wo ist er? Komm ran. Ich kill dich. Wer geht das Handschuhen? Nein, komm her. Ich will dich killen. Du hast noch so wenig. Wer geht das Handschuhen? Komm schon. Oh nein, nicht getroffen. So ein Rot. Macht der irgendwas kaputt? Aber guck mal, der ist fast tot. Kill den mal jemand. Kill den mal jemand, der hat nur so wenig. Kill den. Haben wir. Aufheben. Ja, normal. Aber hatte ich schon. Ein Survivor win gegen Spopovic. Direkt am Anfang, ne? Ja, der kann ja nix. Guck mal, wie schnell ich Level 2 war. Das war ja super. Erfolg. Ich glaube, man muss allgemein mehr kämpfen. Jetzt gehe ich kurz den Raider trainieren und dann, ich glaube, könnte ich Raider werden. Kannst du halt echt gut als Gruppe jumpen. Kannst du halt echt gut als Gruppe jumpen. Nein. 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 Das war das Seloma. Das war das Seloma. Ja. Das ist ja überlebender. Wieso bin ich denn jetzt über... Ja. 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 Ich weiß es schon mal ganz gut. Ja. 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 Ich will auch... Was heißt das? Will ich das? Raider! Abfahrt. Reiner. Jetzt bin ich gespannt. Äh, 44. Ja, moin. Mann, ich bin so... Ich bin richtig... Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Jetzt darf ich natürlich nicht, äh... Blamieren. Du musst mir direkt sagen, wo ich hin soll. Äh, jetzt, wenn du die Map siehst. Wenn du die Map siehst, sag mir direkt, in welchem Bereich ich soll wegen den Survivoren. Grüne Küste. Ah, das weiß ich. Direkt an der Küste da bei den komischen Häusern, ne? Ein Olong, eine Bulma. Uiuiuiui. D. Kann ich noch nicht gucken, aber okay. Landet zweimal einen Superangriff. Oh, jubi, jubi, jubi. Erledige zehn Zivilisten. Das mache ich aber sowas von. Geil! Die Lagerhäuser. Mhm, mhm, mhm. Dann Fehlanalyse. Ne, ne, das wird jetzt. Ich spüre es. D. Zu den Lagerhäusern. Weiß ich ja, wo das ist. Ich denke mal, das muss am Anfang echt schnell sein. Abfahrt. 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 Das war's für heute. Das war doch schon mal gut, oder? Hat das Energie gegeben? So, Namekiana, wo seid ihr? Da! Fast Level 2, das war schon mal gut. Ich höre doch hier noch einen, da. Erledigen. Level 2 ist gut, ne? Oh Gott, wie sie geschrien hat. Und jetzt C oder am besten oder D kaputt machen, wenn das geht, ne? D will ich. D, ne? Ja, Bereich D zerstören. Da haben sie nämlich schon einen Schlüssel. D wegballern. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Jetzt wird es schwierig zu finden, die Leute. Da hinten ist einer. Da auch. Wieso flieht er denn? Alter, der ist gut, ne? Kann das sein? Ich sollte nicht tunneln, ne? Aber ich mache es jetzt. Ich weiß, ich sollte nicht tunneln, aber ich habe es gemacht. Ich hoffe, das war nicht schlecht. Gerade ist alles easy. Okay. Okay. Wo ist der hin? Ja, wo ist der hin? Kann ich hier auch so Energie einsammeln? Oh, oh, oh. Kann ich noch einen Bereich kaputt machen? Ja. B, weg mit B. Weg mit B. B, B, B. Da. Die haben nur C. Ne? Wieso nicht B? Wieso war B falsch? Scheiße. Wieso nicht B? Egal. Okay. Erklär es später. Vielleicht. Was macht der da? Oh. Erledigt. Erledigt. Es wird Zeit, Perfektion zu schaffen. Hehehe. So nämlich. Guck mal, wie sie da rumlaufen. Wie sie da rumlungern. Wie die Frechdachse. Alter, ernsthaft? Was? Du willst kämpfen? Digga. Dein Ernst? Du wirst sterben. Und du hast noch einen Dragon Ball. Schmeckt mir. Sechs Überlebende übrig. Wieso? Gib mir den Dragon Ball. Hä? Wo ist der andere wieder hin? Ist der weg? Da. Schön mit dir Alter, das als Raider ist doch viel zu einfach Kannst du mir erzählen, was du willst Und da ist noch ein Dragon Ball Wo willst du hin, my friend? Wo willst du hin? Wo willst du hin, my friend? Noch ein Dragon Ball für mich Das war, glaub ich, meiner Tot Bam! Geil! Was mach ich jetzt kaputt? A A A C weg? Wieso denn C? Ach, man kann C wegmachen, obwohl da ein Schlüssel drin ist? Scheiß, das wusste ich nicht Okay, C C weg Einfach mit Schlüssel? Die haben ja verloren Ich brauch ja Ey, die haben jetzt ein A drin Das ist schlecht Da muss ich jetzt nur noch E abcampen eigentlich Wo ist denn E? Wo ist denn E? Da! Was ist das? Heißt das, da ist einer? Aha, du willst an die Zeitmaschine, ne? Du willst an die Zeitmaschine Ich hab dich gesehen, my user! Hab dich doch gesehen! Hab dich doch gesehen! Aber wo hab ich dich gesehen? Wo hab ich dich gesehen? Wo hab ich dich gesehen? Was macht das eigentlich? Hm Hm Ich brauch nur noch E abcampen, oder? E wäre der Call gewesen, um die Supertime zu triggern Ich brauch doch nur noch E abcampen und das Ding hier Oder? Bin ich blöd Ich brauch doch also Ist das richtig, was ich hier gerade mache? Die können nur noch E holen Und das Ding hier Und ich hör doch irgendwo einen laufen Hier mal da gucken Und da unten dran Und da bin ich blöd Hier mal da gucken Aha Was ist denn da? Digga, ich hab dich gesehen Gehört und dann gesehen Die haben ja immer meine Dragballs kaputt macht Hä? Was war das denn? Was war das denn? Was ist denn für ein krasser Dude? Ey, wieso sind die so krass? Weg mit dir BAM Loll Weil das Level SR Level 2 Du willst echt gegen mich kämpfen Ich hab alle besiegt Hehehehe Raider ist doch viel zu easy Das war gut gespielt Das war gut gespielt, oder? Auf Eke campt Die mussten zu dieser Zeitmaschine Das war perfekt gespielt Sieg Sieg C16 C17 Edelte Gorn Videl Oh, das find ich cool Ja, ich sag ja Die haben so viel Potenzial hier So viel Potenzial Boah Zwei mal L bekommen Das ist natürlich huge Zwei mal L Einen Dragon Ball Einen Dragon Ball Scouter Müll Ey, rette den doch Ey, Rika, was machst du da? Hallo? Ey, wenn ich Level 2 bin Soll ich auf Cell gehen? Hallo? Wieso machst du nix? Nehm ich den halt? Der ist Level 1 Soll ich drauf gehen? Ja, abhaut Wie witzig, er haut ab Komm her Mein Jutzer Jetzt bin ich weg Wo ist denn das Loch hier rein? Hä? 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 Überlebenden finde ich nicht Überlebenden finde ich nicht Schade, ich hatte gedacht Ich könnte ihn richtig besser Ich könnte ihn besser fighten Das war irgendwie scheiße Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier bist du Neue Intros Neue Intros? Ja, auch cool Ey, die können so viel reinbringen Also Spannend wird's ja, wenn die von der Z-Saga in die Super- oder GT-Saga gehen Dann wird's interessant Dann wird's spannend Aha, Schlüssel gewonnen Geht doch Dann wird's ja In den Ablenktrank Nämlich Danke Okay Ist als Special Cube geplant Ui Cool Gefällt mir Kann der mal weggehen da Damit wir da platzieren können Okay D gefunden Der wird platziert Schnell, 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 schnell Bevor er mich sieht Ey, der ist auch blöd Der Raider ist doch schon wieder blöd Du kannst mir erzählen, was du willst Jetzt fehlt nur noch D Wo ist denn der D-Strahl? Da Randa Dann gehen wir richtig schön mit der Zeitmaschine weg Wo ist die eigentlich dann? Double Jump Oh, Double Jump finde ich auch gut Key Sense Finde ich auch cool Ach du Scheiße Scheiße Bin einfach ein geiler Spieler Bin einfach ein geiler Spieler Boah, es dauert so lang, ne? Zell in Tet Was? Zell in Tet Zell in Tet Tempo Bonus 100% Er scheißt rein Sind wir drei? Ja, wir sind schon wieder drei Wir haben 100% Auch zu zweit Das bringt Das bringt also gar nichts Wenn ich ihr helfe Egal Da vorne ist grün Was heißt grün? Zeitmaschine aktiviert Alter Zell Du hast ja gar nichts Okay, der war ohne Level 2, ne? Er wirft das Game Grün sind Vorräte Ey guck mal Ich bin auch Einmal habe ich gegen den gekämpft Der hat mich platt gemacht Und ich bin auch abgehauen Also der war komplett überfordert Einfach ins Wasser gesprungen Change Power Barrier Monster Energy Geil Alter Fast eine komplett Platin Runde Ich würde sagen Das war es auch Das reicht doch erst mit den Highlights Oder waren ein paar geile Runden dabei Also wenn ihr da mehr sehen wollt Geil Kanal abonnieren Hat übel Bock gemacht Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal